Die Vorbereitung für den Supercup läuft gut, vielleicht erstmal grundsätzlich zur Erklärung. Beim Supercup, das wird die erste Auflage des Supercups sein, bei dem vier Spitzenmannschaften Deutschlands gegeneinander antreten werden. Es ist also so, dass es ein sehr dynamisches Spiel ist. Es gibt eine 10-Sekunden-Regel, das heißt, sobald man den Ball in der Verteidigung berührt hat, startet eine 10-Sekunden-Uhr und innerhalb dieser 10 Sekunden muss der Ball wieder zurückgeworfen werden. Das ist wirklich ein sehr intensiver Sport mit einem relativ schweren Ball. Der wiegt 1,25 Kilogramm und der wird dann in einem ständigen Hin und Her jeweils zur gegnerischen Mannschaft geworfen. Ja, beim Goalball hat man diese Linien hier auf dem Boden, mit denen orientiert man sich. Das hier ist die 1,50 Linie, da spielt immer der rechte Spieler, wenn wir jetzt rechts beim Tor sind. Und wenn man dann zurückkommt mit den Füßen, dann hat man das so Ratschen und man fühlt sich mit den Füßen und so kann man sich orientieren. Das hier ist die 1,50 Linie.